hallo und herzlich willkommen liebe freunde zu wwe2k16 ja es geht wieder weiter und liebe freunde es gab sogar ein update aber das kann uns gleich mein gegner erzählen und zwar der onkel gamaschack lp ja hallo schön ja update 1.03 so habe ich euch jetzt erzählt also es wurde leider 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 an dem delay problem hier im online modus nicht geschraubt das finde ich sehr sehr schade der rest ist einfach nur dass man jetzt eben man kann jetzt auch ki gegner mit einfügen hier in dieses wunderschöne online gedöhnen und man kann jetzt title über das title machen und alles so gedöhnen was ja was alles ja und konter wurden euch verbessert auch und die ausdauerzeit es wurde auch viel am gameplay so also ist beim aufgabegriffen tut sich jetzt das stamina wieder auf tut sich das stamina auffüllen die blieb wohl stehen habe ich gar nicht so darauf geachtet habe ich gesagt da bin ich mal gespannt jetzt weil wir haben ja noch nicht gekämpft mit dem neuen patch ob jetzt irgendwas anders ist das werden wir jetzt gleich herausfinden ich drücke mal vier jetzt geht die scheiß suche los wir haben nur noch so wenig das ist glaube ich ja ich habe einen den du noch nicht hattest aber den habe ich jetzt gewählt hat das bringt aber gar nichts ich drücke jetzt erstmal zwei stunden das ist halt so mit leben leute wissen schon und die klicken dann schon weiter wenn sie sich gucken wollen ich habe ein alles klar ich drücke noch ein bisschen rum jetzt fängt das wieder und hast jetzt auf jeden fall ein ich habe einen gefunden ja aber ich schreibe jetzt gerade noch in den listen so ich sehe gerade ich habe überhaupt gar keinen stift das mal geht mein kind hat mir den stift ja so ist das ne die brauchen hat alles ne oma stifte ja dann würde ich sagen ja zehnmal runter ach der onkel der rennt jetzt erstmal weg und sucht seinen stift damit dann noch ein bildchen malen kann nebenbei oder auch zwei bildchen ich male keine bildchen ich habe das ja alles unter kontrolle und versucht das zusammen sein kann man das ist ja der nächsten dinge überhaupt nicht mehr wer stift und story kommt erzähl doch mal unserem publikum was du für ein spacko bist du lieber mal dein malstift holen ja dann müssen wir jetzt leider warten bisschen weil der onkel leider sein stiftchen sucht mei oh mei macht nichts und danach geht es dann ab ich hoffe ich verliere den kämpfern hier der gefällt mir richtig gut und das muss jetzt mal wieder reinkommen ich weiß ich habe jetzt in letzter zeit schon ein bisschen öfters mal gewonnen aber wir haben jetzt auch wieder länger nicht gezockt mal gucken wieder dann wieder aussieht hier mit dem kontern ja was habe ich noch gelesen genau dass man halt viele kleinigkeiten halt haben die verbessert jetzt im patch dann halt dass noch mehr kis rein kommen dass man im aufgabegriff ja dass man sich da mehr heilt und ich glaube auch so bei irgendwelchen aktion mal gucken ob man wenn man jetzt liegt ob das dann auch schneller geht mit dem konter ich bin gespannt onkel bist du da da ja aber ich muss ich liebe zuschauer auch noch einen ganz wichtigen rat mit auf den weg gehen geben wenn ihr let's playt vorbereitung ist alles ja das stimmt ja gut dann würde ich sagen ziehen sie runter wir machen zeigen tun und zwar 3 2 1 zeig mal du kriegst aus dem maul das richtig aber den werde ich nicht verlieren den will ich nicht verlieren dann habe ich die komplett ich habe ja den self nee habe ich verloren oder habe ich den woher weiß ich gar dann will ich wenigstens den mitnehmen das ganze schild habe ich muss sagen finde ich den muss ich sagen finde ich auch am coolsten der ist der hat was ja mit seinem kleinen unterhemd der habe ich letztens erst noch feiten gesehen gegen den kevin owens ja war lustig schau mal was der vergriffe so haben was die jetzt neu gebaut haben okay das sieht ja alles noch wie immer das ist geil gemacht er mit dem ja scheiße doch hat noch geklappt bei mir ohne die winder meine f Dual vantagem bucks Mann, dass du das auch so schnell immer findest. Ich drücke ja auch, weißt du? Boah, schönes Ding. Schönes Ding. Na gut, dann geht's jetzt los. Dann schauen wir doch mal. Dann schauen wir doch mal. Oh. Dann gucken wir mal. Okay. Du hast dich so entschieden, dass es losgeht? Mhm. Oh. Okay, bis jetzt hat er es schon wieder raus hier. Mit den Cover-Lava-Wa-Wa-Wa-Wa. Aua. Warum machst du das? Das war daneben. Jo, ich bin da. Oh, ich hab doch X gedacht, du Schwein. Mensch. Ach, die haben das rausgemacht, wenn du einen oft zurennst, ne? Mit X, dass man den dann rüberwirft. Du musst jetzt R drücken. Weißt du, was ich mein? Nö. Du konntest doch mit dem X drücken. Du konntest ihn doch immer so werfen, wenn einer gerannt kommt. Ja, aber, ja, das ist weg. Da haben die jetzt R2, muss jetzt drücken, wenn du dann auf mich zuläufst. Siehste? Da musst du das mit R2 machen, nicht mehr mit X. Das ist jetzt neu. Das ist ja übel. Echt übel. Und die haben das Delay doch verbessert. Ja, leider. Die haben das Delay verbessert. Ja. Geil. Ja, 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 ja. Ich hab keinen Kontern, aber ich scheiße. Auwa. Na, mit dem Ausstehen hätten sie noch ein bisschen verbessern können. Auwa. Ja. Ja, es ist wieder so viel neu. Jetzt muss ich erstmal wieder gucken, ja? Doch, gar nichts. Ach, das ist doch Quatsch. Na doch. Nimmst du dir ein? Alter, was war das denn? Ja. Der liebe Bo. Autsch. Todesmove war das, ne? Und schön. Bong. Bong, bong, bong. Bamm. Schön, schön. Gott sei Dank. So, jetzt erstmal hier. Aber irgendwie ist das Spiel langsamer geworden. Kann das sein? Langsamer, meinst du? Weiß nicht. Irgendwie kommt mir das so vor als was langsam. Das ist auf jeden Fall anders. Also, die Steuerung ist wieder komplett neues Game hier. Ja, herzlich willkommen zu WWE 2K16. Und heute im neuen Modus. Hä? Anders ist es jetzt auch nicht, aber... Doch, ich finde, das ist komplett anders. Na gut, rauswerfen klappt noch. Hm. Oh, du bist so blöd. Du sollst da raus, Mann. Hm. Ah, jetzt geht er, hm? Jetzt geht er. Ach, yo. Was springt er denn hin, ey? So ein Idiot, ey. Oh, Mann, ey. Und ein Move, oder? Hoffentlich klappt der. Bitte, bitte, bitte. Oh, Gott sei Dank. Ja, gut. Schaden ist auch da. Aber du hast so viel Konter schon wieder. Hm. Okay. Muss halt nur einsetzen können. Ja. Na, Ausdauer ist auch ganz gut bei mir eigentlich. Muss ich mal gucken. Schön. Das Wort, das zählt dazu. Okay. Alles klar. Oh, du hast schon einen Finisher, du kleiner Sack. Also ein Signature. Krasse, krasse Sache. Krass. Das war jetzt durch diesen... Das war jetzt durch diesen... Rauskommen von PIN. Ach so. Stimmt, die geben ja, ähm, Power, ne? Okay. Nein! Bam! Schönes Ding. Schönes Ding. So, jetzt muss ich ganz schnell handeln. Und zwar muss ich jetzt das hier machen. So. Genau. Oh, meiner ist schon wieder bewusstlos. Hä? Scheiße, wie hat der denn sein scheiß Signature, weißt du das? Wenn du liegst, oder was? Stille ich mal in der Ecke. In der Ecke ist der. Oder muss ich dich in die Ecke stellen? Toll. Ich weiß, den Finisher nicht, äh, den Signature nicht von dem. Ah, Mann. Das ist kacke. Gibt's dann nicht, äh, ne. Nö. Aua. Da tut doch weh sowas. So, einmal drauf. Muss ich echt mal rausfinden, wo das ist. Also, das würde mich schon interessieren. Wo ich den machen kann. Den Signature. Weißt du auch nicht, ne? Also, außer in der Ecke. Also, muss ich dann in der Ecke stehen. Hm. Gar nicht drauf geachtet, was der im, was der im Wrestling da macht für ein Move. Das weiß ich gar nicht gerade so. Das hab ich jetzt überhaupt nicht, äh, irgendwie bedacht. Alles klar. Keine Fragen mehr. Oh. Auf dem Ding. Okay. Das ist schon mal okay. Ähm. So. Einmal bitte dagegen. Okay. Nein. Kabumm. So. Nein. Takong. Takong. Takoklaklong. Du musst mich greifen. Ohne Richtungstaste X. Mach. Ja, hab ich. Und dann R2 und L2 gleich. Ach so. Ah, die beiden waren das ja. Ich hab die ganze Zeit überlegt, ja. Was war denn das für ein Ding nochmal? Zu spät. Was ist das denn? Ich hab doch... Ah, schön. Mein Finish. Äh? Was ist das denn? Äh, das war gerade irgendwie ein Bug. Mann. Mein schöner Finisher, ey. Der hat geklappt und das ist doch kacke wieder. Leute, ihr habt Scheiße gewonnen mit eurem Patch da. Hm. Das ist ja Quatsch. Äh. Da geb ich mir so viel Mühe, dich da hinzulegen. Und dann... Ach komm, ich hab doch wohl den Tisch abgeräumt. Die Arbeit hab ich auch gemacht. Hä? Die Arbeit hab ich mir ja wohl gemacht. Naja, jetzt weiß ich wenigstens wieder, wie das geht, aber... Ach so, den Tisch abzureißen, ja. Oh ja. Go, what are you doing now? De-de-de-de-de-de-de. Ah, schade, aber schön war's. Ja, schön war's gewesen. Ach, jetzt macht er das. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Scheiße, das ist ja wichtig. Aber wir sind ja beide so gut, ey. Wir sind echt die Vollprofis, ey. Am geilsten war immer noch, wo du bist, wo du mit deinem Salto gesprungen bist, vor dem Tisch, wo ich drauf lag. Oh, der Part war heimlich geil, ey. Oh, war das schön. Er springt und landet genau davor. Okay, ich muss mich erstmal ein bisschen erholen hier. Mein kleiner Freund ist ein bisschen halbbewusstlos. Aha. Aua, jetzt rastet er gleich voll aus hier, der Junge. Komm, 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 komm. Ja! Du Wichser! Ja! Ja, nein, 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 ja! Oh, fuck. Ah, da kann man sogar cavern bei, okay? Dann muss ich sofort machen. Und jetzt! Eins! Zwei! Ach, scheiße! Wär das Mann! Aber geil gemacht, ey. Ihr macht's da hinten, ich block ihn, dann kommt der. Oh, geil. Aber ich kann dich auch während des Dings cavern, okay? Dann muss ich mal drauf achten. Oh, du kleiner Lümmel, du. Ah! Oh! Ja! Schönes Ding. Erstmal schön festgehalten, den Kleinen. So, jetzt hauen wir erstmal drauf. Da, bumm. Ah, du hast ja schon wieder dein S. S für Secret. Oh, nein. Ein Slam like that is all raw power. Ich denke, die entire ringe ist ein bisschen Ausdauer. Ja. Ich hab nämlich kaum eine Ausdauer für Moves. Oh, Mann. Ich hab... Alter, er kriegt aber wenig Prozente, muss ich sagen. Oh, scheiße. Was? Hä? Eins, zwei. Oh, ganz knapp. Ganz knapp. Oh. Was machst du jetzt? Winken. Winken. Ach, komm, den. Steh doch mal auf, da. Das war ein geiles Counter. Vor allem hab ich dafür nicht R2 gedrückt. Das war cool. Das hat mir jetzt gefallen. Ja, ich hab noch gar nicht alle durch, ne? Ah, er kommt raus, okay. Aua. Schwein! Tritt mich! Oh, jetzt ist er wieder dran. Jetzt ist er dran. Jetzt kriegst du einen auf die Lümmel, du. Kabam! So, jetzt muss ich echt mal gucken. Wie krieg ich jetzt... Ah, da. Da stand's grad. Oh, nee. Was ist denn? Ja, jetzt. Oh, Gott sei Dank. Ach, das ist ein Aufgabegriff, hm? Oh, geil. Ein Aufgabegriff. Dürf, den Onkel erstmal ein bisschen angreifen hier. Hallo. Komm her, Onkel. Ist gleich vorbei. Ach, scheiße. Ist rausgekommen. Geil, ey. Finisher! Ja, ja. Ey, du sollst coveren dabei. Ah, macht der, macht der. Geil, geil. Eins, zwei. Ja, ja, huhu. Die, ich hab ihn geschafft. Ja. Mann. Geiles Match, geiles Match, Leute. Geiles Match. Hat mir Spaß gemacht. Ah, geil. Ja. Dean. Ambrose. Yo, das, ähm... War gut, oder? Also, Steuerung ist schon einiges anders. Also, auch nicht schlecht. Schlecht lang nicht. Nee, eher genauer. Genau, und Delay ist auch weg. Naja, nicht weg. Aber es ist nicht mehr so krass vorhanden. Ja, was soll ich sagen, liebe Freund? Ich bin ja dran und da würde ich sagen... Möchtest du noch was sagen, Onkel? Scheiße. Scheiße. Ja, macht nix. Beim nächsten Mal. Mal gucken, was ich hab ja noch... Äh, so viele Gute hab ich gar nicht mehr, muss ich sagen. Schauen wir mal. Ansonsten, liebe Freunde, schaut da auf jeden Fall mal bei Onkel Gamercheck LP vorbei. Der hat auch noch andere Let's Plays. Klickt drauf. Und bei mir auch Rivano LP. Und abonnieren bitte nicht vergessen. Weil dann könnt ihr das schön verfolgen hier. Da kommen noch einige geile Matches. Und bis dann, würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Bis morgen. Euer Rivano, euer Onkel. Ciao. Tschüss.